Sieben Spiele ein Fakt, Shoutout an Kurt. Ich nenne dir Spieler und du nennst mir den gemeinsamen Fakt dieser Kandidaten. Und wir fangen an mit dem schönen Loda. Loda, Junge. Die sind alle Fußball-Experten. Ist er das? Ich glaube noch nicht. Lukas Podolski. Ich mag Lukas Podolski sehr, aber den sehe ich gar nicht als Fußball-Experten irgendwie. Also wir haben ja alle mal ein paar Flanken reingeschlagen. Lukas Podolski, ja okay. Next up, Gerald Asamoah. Mach gerne mal weiter. Mehmet Scholl. Das sind alles deutsche Nationalspieler. Ich habe ein bisschen an zweite Nationalität gedacht, weil Polnisch Asamoah ist, glaube ich, Ghana. Scholl hat, glaube ich, auch eine zweite. Machen wir weiter mit Andreas Möller. Was hat Andi Möller gemacht? Er hat die EM gewonnen auf jeden Fall. Kevin Korani. Ist es was mit der Nationalmannschaft? 100 Prozent. Nein. Oh. Ich denke, den Fakt würdest du eher Lukas Podolski zuordnen können. Weil bei allen anderen ist es lange her. Also Lothar hat krasse Fernschluss-Tore gemacht und das hat Poldi auch. Was ist denn da lange her? Du zockst doch gerne, oder nicht? Ich meine alle auf dem FIFA-Kamane. Ja. Ist echt? Ja. Und bei den meisten war es sehr, 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 sehr lange her. Ja.